ihr lieben mit dem code miranda karat 20 könnt ihr 20 prozent auf die produkte von we are wild sparen und zwar wurde mir das zur verfügung gestellt wir haben hier die tropical sorbet richtung riecht wie ein mix nach mango ananas papaya ja also wirklich sehr sommerlich puderig und wir haben hier den refill der ist kompostierbar den setzt er einfach auf die untere seite rauf und wir haben hier auch dieses design in dem tropical look finde ich auch ganz süß ihr dreht den ganz normal hoch die produkte die sind wirklich tierversuchsfrei und vegan man arbeitet hier wirklich mit kokosöl natron reisstärke was den schweiß noch mal absorbiert ja und ihr habt eine richtig cremige konsistenz also auch wenn ihr das so verreibt ja ich würde mir vielleicht auch das unter die achseln hier reiben das ist wie so eine art cremiges deo mit einem wunderschönen edlen duft